Sag mal Sag mal, wann hört das hier auf? Wäre es nicht besser zu leben, anstatt planlos zuzusehen, wie man uns unsere Zukunft raubt? Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, dir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Sag mal, wollen wir denn echt? Dass Kinder heute leiden, Fremde über sie entscheiden, was sie tun sollen und was nicht. Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Wir lassen Menschen allein. Nur weil andere uns sagen, es sei zu riskant. Wir sollen lieber auf Abstand sein. Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, dir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit, mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder Träume leben. Zeit, dass wir wieder anfangen, zusammenzustehen. Dass wir uns in die Arme nehmen und uns wieder in die Augen sehen. Zeit, dass wir wieder selber fühlen. Zeit, dass wir wieder anfangen, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder selber spüren. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit, mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Oh, frei zu sein. Oh, frei zu sein. Ausgesehen. Bayezuh. Ei. Untertitelung des ZDF, 2020